Da ist er die B-Mitglieder Seht ihr was mitkommt? Ne, ich hab wahnsinnig geguckt Aber nass, die geben mir nur Schiss auf Die haben neue Skam-Kisten oder? Ne gar keine mehr Doch? Die Eliacs hat sich gar keine mehr drin Na doch, ich hab eine gehabt Alter, wenn ich euch sag, dass ich eine... Was für Kisten? Die ich an sich decken sollte Ich hab das gern Kisten Ich werde grad ein, deswegen Ich renne woher Ich hab was gepinkt, ne? Jaja Ich brauche ein bisschen bis ich da bin 3 Stockwerke, du Wir haben keinem was shoppen denn, ne? Der lässt sich schon besser kommen, ne? Ah, der ist bei mir direkt Ja, mach mal Mist Ritze, ne? Ne Ritze, scheiße Neben liegt mir noch ein Kopfgeld Mach schon, mach schon Ich hab ne Muni Kiste Endlich meine Endlich Endlich Aufgelöst Platten Ja, nimm da Was hätt ich meinen bei mir oben angenommen? Ja, komm, lass den Shop gleich gehen Ja, ja, ich mach grad das Haus hier fertig Ja, ich mach grad das Haus hier fertig Ich hab 16k Ja, was ne Scheiße rum, Alter Danke, bis 7 bis 10 Männer Mit dickener Kars Alter Aber der Haupttäter ist tot Nein Habt ihr Platten? Ja, nee, kannst du im Endeffekt Probieren zu reden Nein Ansonsten ist die Polizei Da kannst du eh nicht machen Ich würd direkt zu den Cops gehen Wenn er's doch auf Video hat Hier So, mein Fliegelo Ja, ich hab Schau mal noch mit ohne Hier liegt noch ne Platte Hier liegt noch ne Platte Hey Leute Ja Guckt ja Guckt ja Guckt in die Lopper an das hier Messer Elektrisi 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 Alter Ich sag nix mehr Elektrisi So kein Messer, das ist ein Gürfel Ein Gürfel? Ich kann's nicht ausspülen Ich sag einfach gar nix mehr Ein elektrisierendes Messer Danke, Kussi Bitte Einer muss ja Einer darf ja nicht Brain of Kars sein Ich hab's grad nett geschissen bekommen Ich hab's grad nett geschissen bekommen Alter Ich hab's auch nett Irgendwas war grad Blockade im Kopf oder so Keine Ahnung Achja, falls ich mit einer Sniper schieren soll Dann tut's mir leid, weil ich hab' Weil die ist ohne Schallimpfer Warum meinst du Scharfschützi ohne Schallimpfer? Ähm, das ist die noch Das ist die noch Äh, das ist die Eine Sniper noch Den ich fertig hab' Ich hab da ne Blaupause gekriegt Die ist halt ohne Schallimpfer Danke Das ist keine Entschuldigung Okay Ey! Bedrohung geht hoch! Treuer Bei mir direkt Der ist hier direkt Den Sniper hab' ich Bauer Der ist hier hinten Oh, jetzt geh' ich jetzt Awww Ich wollt' pingen Entschuldigung, Kussi Der ist hier dahinter Komm nicht hin Der ist das Da rechts auch noch Ausm Haus oben Amen Ja, es ist okay Ihr seid die besten Mann Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Innen, 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 innen. Wieder einladen. Was? Lächerlich, ey es ist so lächerlich Ne, man hat Kulak Kannst du auch den nehmen Wollte ich gerade sagen, dann nehme ich über den Warte, warte, warte Geh mal hoch Ja, von der Strecke her ist es ok Alter, diese scheiße LMG ist, Alter Ah Ich habe vergessen, dass ich schon gezogen habe Eben gedacht, du klatschst auf, Alter Ja, ich auch Ich habe es dir nur gepinkt, dass du weißt, ob du nach der 3 Minuten sein solltest Nein, 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 nein Ah Jetzt geht er hoch! Mein nächster Tuch, mein nächster Tuch! Hallo Lenin, schönen Abend! Am Morgen bin ich aber nicht da, weil ich nur zu ihm bin. Erster Mittwoch wieder. Erster Mittwoch Erster Mittwoch Erster Mittwoch Erster Mittwoch Erster Mittwoch Ich habe das nicht angezeigt. Ihr kriegt das Rang angezogen, das kriegt ich angezogen. Oh, das ist ein Malau, ist nicht tot? Nein, nein, jetzt nicht. Ist genauso wie mit Cluster und so, wenn ich tot bin und so kriegt ein Cluster oder so, sehe ich das auch nicht. Ich habe keine Snipe dabei, ich habe Ghost genommen, gell? Ich auch. Ich habe meine Stöckels dabei. Ich mache das jetzt nicht mehr, du machst das bitte. Du ziehst das durch. 6H mit Ansage, Alter. Sushi? Sushi mit Ansage. Ich habe gesagt, wenn er ein holt, ich das habe. Wir haben genug, wenn genug, wir wollen noch 2 Loader kommen. Ja. Der nächste wäre hier vorne oder ganz hinten. Von rechts, von rechts, von rechts, von rechts. Wir nehmen gleich den nächsten, da können wir vom Dach aus hinspringen. Ja. Ja. Da oben liegt Muni. Für... Nein, ich habe... Nichts für. Ja, ich bin vorgeladen. Du müsst, wenn du beim zweiten Loader, wenn wir jetzt gleich holen, müsstest du immer deine schweren Muni zogen oder so. Können wir mal. Ja. So, wie gesagt, wir haben mich auch noch genügend. Stopp. Ne. Hier. Was? Was? Ah. Was hast du denn, eh, schweren Muni? Ah, ja. Ah, ja. Oh, das schmeckt so. Und dann kommt. Ich kann es noch so unterziehen. Das war dann halt alle gleichzeitig schon dran, das ist doch zu kurz, ne? Ja, ich hab alles. Obwohl. Ja, ich brauch mir einmal Platten, brauche nur einer Platten? Ich glaub, jeder braucht Platten. Ich krieg mir jetzt auch gleich welche. Hier liegen noch einmal fünf Stück. Warte, ich will nochmal. Ich will direkt ohne. Und trock den Rest. Alles gut, alles gut, alles gut. Guck mal, hier ist ein Nuke-Button. Hey, da kommt ein Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. Rausschicken. Haben. Haben. Ja. Hat der den Nuke-Button gesehen? Ja. Ja. Geil, oder? Da ist der den gerade eingegeben durch die Wante. Da hinten kommt ein Lkw. Und Fahrzeug. Ja. Da rennen welche meinst du? Ja, da rennen auch welche. Ich verballer meine Munition jetzt aber nicht dafür. Ne, ich auch nicht. Ne, ich auch nicht. Welche Munition hast du denn? Ey Fahrzeug, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Und da kommt was raus. Scheiße, scheiße. Direkt vor dem Van Render. Ja, da sind Blue. Und die sind anderen snipen vom Berg aus. Was brauchst du denn für Muni-Party? Ich habe 205. Ich will sie bloß nicht verballern für nichts. Achso. Ich bin gerade richtig Besucher so. Hey, Fallschirm, Fallschirm. Chip-Break. Down. Zwei Fahrzeug. Zwei Fahrzeug. Zwei Fahrzeug. Auf Blue, auf Blues auch. LKW, einer down. Zweiter down. Ich habe auch einen down. Abschluss bestätigt. LKW ist in die Luft geflogen. Jujo. Rucksäcke, über Rucksäcke. Hey, da läuft noch was hin. Drinnen läuft was. Ich will wieder hoch aufs Dach, Alter. Zwei Stück. Ja, hoch aufs Dach. Bei mir. Schöne Break. Da hoch. Kommt der nächste. Bin da, bin da, bin da. Raus durch. Kommt nächstes Fahrzeug, Alter. Na ja, klar, das Zonenrand. Desi, bist du noch aufm Dach? Nein, nein, ich bin runter. Jo, Leni, dir auch noch einen schönen Abend. Grund. Hey, Gegner. K.O. down. Hier ist auch Gegner. Da, Gegner. Da, in Kostung. Einer K.O. Ben, darf ich zur Seite aufpassen? Wo oben sind zwei Stück. Beide Stück rechts. Einer K.O. Digga, rechts war das. Nicht links. Nein, F***. Nicht, nicht, nicht. Auslöscht. Nice one. Ah, fehlt einer. Muss nachlauern. Okay, passt. Da vorne ist auch noch was. Aber die Zone kommt, gell? Ja, ja, wir müssen mit den Zonenrand. Hier. Rat noch, wir kaufen für dich. Ich find's eigentlich schon gut. Ist rechts noch gut. 7, 6, 2, 2. Alter, krank. 120er Bomben, gewaltig. Guck, 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 guck. Da bringt er einen Pris nach oben, gell, ne? Dass die Hunas schießen. Ne, vielleicht mal... Ach nein, der Drohne bringt er nicht wirklich. Ich weiß aber... Drohne! Hier, hier, zu, zu. Fahrzeug. Ist rumgedreht, rumgedreht. Komm, 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 komm. Direkt auf uns zu. Direkt auf uns zu. Die fahren hoch, die fahren hoch, die fahren hoch. Die haben... Nein, einer ist unten. Die sind oben. Prison landet da auch einer wieder. Die fahren durch, die fahren durch, die fahren... Die wollen hoch in Prison rein. Ne, oben sind sie. Die sind ganz oben in Prison. Links. Hier läuft einer. Da oben. Down. Der kam von rechts gelaufen. Echt genau, genau für mich selber. Ich hab einen Knock. Da oben. Hey, im Auto, im Auto, im Auto. Nix. Da unten schossen. Sehr schön, Abschluss einmal. Oben fehlt noch einer. Kommt schon wieder einer da vorne runter. Von oben. Na. Weg, 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 weg. Wegen, rückwärts. Wegen, rückwärts. Schnapp. Wegen, rückwärts. Wegen, rückwärts. Warum gar nicht so weit weg hier? Das ist in die E-Zone. Wollen wir einen Tunnel? Unten rein? Nee, ich warte doch mal. Das könnte doch sein, dass es hier draus ist. Ja, aber wir hätten hier vorne nicht Chance, reinzugehen. Aber dann rocken sie da drin. Kann auch sein, dass die Zone hier draus ist. Ja. Ja, dann gehen wir hier vorne hin, in die Ecke. Und hier ist jetzt wieder alles oben fehlt. Hier sind noch zwei Kisten, ne? Also unsere und noch eine. Na jo. Wir hätten hier noch die ganze Shocks. Wir hätten hier ruhig gekauft. Das hab ich weiß. Das meinte ich damit. Ich check ab. Räutert auf mich. Ich check erstmal. Ja. Ja, weil der links zum Kopf geht, oder? Ja, aber der ist oben, der ist oben. Wenn du kannst. Ja. Ja. Und da vorne ist geschossen. Oben. Und dann lass erstmal abkommen. Ja. Der letzte Shop ist hier vorne. Sind immer viele. Drei Stück. Hinter uns, hinter uns. Er hat mich. Ohes. Wer ist down? Wer ist down? Wer ist down? Weg, weg, weg. Hier, hier. Ich hab... Komm weiter. Du liegst so beschissen, alter. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich bin nur bei dir. Ja, aber der snipet, ich gucke drüber. Naja, der ist hier hinten mit dem geschnallt. Deswegen. Weg, weg, weg. Lass die Piste, geht raus. Sind immer viele. Ich seh nix wegen der scheiß Sonne da draus, Mann. Siehste, wir hätten draus bleiben können. Ja, ist okay, passt schon. Geht zu mir. Ich bleib hier jetzt stehen, Alter. Mastroffchamp um die Ecke. Achso, bringt ihr den. Ich bin da vor mir. Shipwreck. Geht nicht so weit raus, kann sein, dass sie gleich oben schießen. Die werden safe oben schießen. Da ist er unten im Graben. Da vorne geht's jetzt hin und durch, ne? Mhm. 43 Meter, geradeaus. Ja, ja. Wir müssen ja alle da. Oder von oben springen. Eine Person. Ne, neun. Nein. Fünf Personen, fünf Personen, vier Teams. Ja, oben sind immer noch welche. Oben denn überhaupt nur einer. Meinst du, dass oben im Prison was ist? Einer. Wenn überhaupt. Von mir, ja. Einer hab ich. Nice. Ja, dann hab ich auch gesehen. Von links kommt wahrscheinlich Prison unten, ne? GULAG. Ja, ich guck noch ein bisschen hier, von da wo wir gekommen sind, ne? Dass der gleich rausfliegt. GULAG. Hier unten drinnen, bei mir in einem Rohr. Die müssen relativ weit vor, die können nirgends hin. Boah, ich krieg hinten von oben noch. Da oben sache. Da oben sache. Was ist das, Cousy? Hey, was? Ich hab so ein Problem. GULAG ist fertig. Die stehen oben an der, die stehen am Fenster. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Der springt. Er kriegt was. Ah, einer ist da oben. Komm, wer ist mit dem letzten? Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Hinter dir. Ah, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Er ist gleich tot, er ist tot. Einer ist tot. Er kommt, er ist rechts. Rechts, rechts, rechts. Neben dir. Er ist rechts neben dir, rechts neben dir. Nice. GG. GG. Hey. War der über mir? Echt? Ja. Ja. Man, es hat drei. Daniel hat dabei, ich hab gleich noch zurückgeschrieben. Schönes Ding bei ihm. Boah, ich geh den Pumpe wieder, ey. Weil der da oben, der hätte mich noch vorher weggenatzen. Ja, es hat aber auch Glück gehabt, dass er genau das Ding erwischt hat. Ja. Ja. Aber es war halt auch so ein Empfehler. Ja. Ja.